Schmecke auf dem Rücken einer Schildkröte. Hui! Okay. Was haben ein Keyboarder und ein Kondom gemeinsam? Ein Keyboarder und ein Kondom. Ohne Schilder. Der Dramaturg, der Dramaturg, wir sind ja mit der AFA, genau. Ich meinte, wir sind jetzt mit. Zwei Schauspieler sitzen in einem Eisluftballon, sind von der Route abgekommen, fliegen über eine Wüste und machen sich Sorgen. Plötzlich sehen sie einen kleinen Menschen ganz fern am Horizont und treiben auf ihn zu. Und als sie auf seiner Hüte sind, rufen sie herunter. Hallo! Wo sind wir hier? Und der Mann guckt hoch und sagt, in der Wüste! Und der eine Schauspieler sagt zum anderen, du, das muss ein Dramaturg gewesen sein. Die Antwort war absolut hundertprozentig richtig und sie hat uns nichts genützt. Und der Kondom. Grav. Danke. Danke. Danke.